Herzlich Willkommen bei Wie? Wo? Was? Orakel am 3. Februar 2020 Wir sollen gerade auf den Wesentlichen konzentrieren, nicht ablenken lassen, weil wir können gerade etwas befestigen. Die Männer sind zwar unsicher und stellen die Frage, soll ich, soll ich nicht, ist es richtig oder doch nicht, was bei den Männern gerade wichtig wäre, auf den Finanzen achten. Wir begegnen uns heute oder viele von uns mit einer älteren Person, das kann männlich sein, kann auch weiblich sein. Möglich ist auch, dass jemand wartet von euch auf einen Besuch von einem Nachricht. Ja, wir sollen unseren Eltern oder Großeltern kümmern. Und um was sollen wir noch kümmern heute? Das ist eine rechtliche Lage oder eine Situation, wo wir Ungerechtigkeiten erleben. Das muss jetzt aufgeklärt werden. Und Ungerechtigkeiten passieren immer wieder. Vorsicht, Vorsicht! Es nähert sich ein Nachricht und das entspricht nicht der Wahrheit. Oder versucht jemand, euch über den Ohr zu hauen. Also Vorsicht! Es ist vielleicht nicht heute, aber das nähert sich leider. Was aber den heutigen Tag betrifft, sollen wir auf die Sprachformulierung achten. Weil wenn wir unüberlegt etwas sagen und wir denken nichts dabei, kann passieren, dass der andere sich verletzt fühlt. Wir sind gerade sehr empfindlich, was das betrifft. Und wir Damen möchten ernst genommen werden. Und tatsächlich kommt eine gewisse Romantik in die liebe Partnerschaft. Und das war mein Wie, Wo, Was, Orakel. Ich bedanke mich euren Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Eure Dendera Eure Dendera